Was sind die häufigsten Ursachen für Fehlgeburten im zweiten Trimester? Eine der häufigsten Ursachen für Fehlgeburten im zweiten Trimester sind Chromosomenstörungen des Fötus. Andere Ursachen können Probleme mit der Schwangerschaft, medizinische Probleme mit der Mutter und angeborene Geburtsfehler wie Herzfehler sein. Das Risiko einer Fehlgeburt während des zweiten Trimesters ist sehr gering, und Fehlgeburten sind an diesem Punkt in den meisten Fällen nicht vermeidbar. Frauen, die mehrere Fehlgeburten erleiden, sollten eventuell ein medizinisches Screening in Betracht ziehen, um die Ursachen zu identifizieren. Chromosomenanomalien sind zu diesem Zeitpunkt in der Schwangerschaft eine der Hauptursachen für Fehlgeburten. In einigen Fällen stirbt der Fötus tatsächlich im ersten Trimester, die Diagnose wird jedoch nicht gestellt, was als Fehlgeburt bezeichnet wird. Geburtsfehler, wie schwere Herzanomalien, sind eine weitere häufige Ursache? Probleme mit der Schwangerschaft, wie Platzentastörungen, geschwächter Gebärmutterhals und vorzeitige Wehen können alle Ursachen sein. Ein Trauma im Bauchraum, wie ein Schlag oder ein starker Aufprall, kann eine Fehlgeburt verursachen, ebenso wie eine Infektion, selbst wenn sie an einem anderen Ort im Körper auftritt. Gerinnungsstörungen können das Risiko einer Fehlgeburt erhöhen. Fehlgeburten im zweiten Trimester wurden neben Erkrankungen wie Myomen auch mit anatomischen Anomalien der Gebärmutter in Verbindung gebracht. Bestimmte vorgeburtliche Tests wie Chorionsortenproben und Amniozentese können das Risiko ebenfalls erhöhen. Bevor Patienten einer solchen Untersuchung zustimmen, erhalten sie Informationen zu den Risiken, anhand derer sie entscheiden können, ob die Untersuchung für sie geeignet ist. Ein Schwangerschaftsverlust zwischen 12 und 20 Wochen wird als Fehlgeburt angesehen. Danach wird es als Neugeborenensterben oder Totgeburt eingestuft. Symptome einer Fehlgeburt oder Totgeburt können Krämpfe, Blutungen, Übelkeit und Abortuspassage sein, Material, das mit Fötus und Platzen da in Verbindung steht. Es ist wichtig, eine medizinische Behandlung für eine Fehlgeburt zu erhalten, da möglicherweise Material in der Gebärmutter zurückbleibt, wo es eine möglicherweise lebensbedrohliche Infektion verursachen kann. Nach einer Fehlgeburt wird Frauen normalerweise empfohlen, sich auszuruhen, damit sich ihr Körper erholen kann, und einige Frauen suchen nach einer genetischen Beratung, um mehr über die Fehlgeburt oder die psychologische Beratung zu erfahren, um die mit dem Schwangerschaftsverlust verbundenen Emotionen verarbeiten zu können. Fehlgeburten im zweiten Trimester können für Eltern sehr traumatisch sein. In der Regel beginnen die Menschen im zweiten Trimester, die Nachrichten über die Schwangerschaft zu teilen, und es kann schwierig sein, Familie und Freunde über den Verlust zu informieren. Die Unterstützung für Menschen, die sich von einer Fehlgeburt erholen, kann von großem Nutzen sein. Beileid-Checkkarten, Hilfsangebote für Besorgungen und andere Aufgaben, Kinderbetreuung für Eltern mit bereits bestehenden Kindern und andere Gesten werden oft geschätzt.